auch jetzt noch ein Blatt mein Blatt St er der der macht und vielleicht lang ich meine so viel Scheiße Ah, ich geh jetzt mal zum... zum Polizeipräsidium. Oh, Mann. Oh, Mann. Tut das gut? Stell dir mal vor, ich hab mal wieder so... euch hinterherrennen. Ja, genau. Supergelle Ladeszene. Was? Ist italienisch? Okay. Ja, wo ist hin? Einfach weg. Einfach weg. Ist das hier? Hi. Hi there. Will nicht. Okay, ich geh wieder raus. Ähm... Wo ist noch das... Poli... Poli... Äh... Okay. Geradeaus. Dann nach rechts. Ich lock dich jetzt mal an. Das ist derjenige! Mann, schau dich auf dem Boden! Ja, danke, dass du mich schützt! Ich find das echt super nett! Ich geh die Scheiß tue jetzt hier auf! Ich geh die Scheiß tue jetzt hier auf! Ja, der lebt noch. Na, der lebt noch. Also... Das ist so schwer. Der ein Glatzschluss! Oh, der ist mir lustig! auch 8 sie ist hier weiter Hotel? Ach, das war ein Hotel. Hä? Dort lang, oder? Jep. Geradeaus. Da ist er auch schon. Hey, du greifst mir an. Ohoho! Du hast keine Chance, Junge! Ohoho! Es ist einfach, wenn plötzlich drei Polizisten rausgeschümmt kommen. Hey, Junge! Hi, da. Hi. Ich bin hier, um diese Trumped-up-Edition zu einem Highway Patrolman's Retirement Fund. Das wird 300 Dollar. Shit. Also, wir haben einen Strathcadet gelegt. Zwei noch. Sehr gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Okay. So, du kriegst Ärger. Ich mag den Film an ihm. Ja, ich mag den Film an ihm! Ah, ich mag den Film an ihm. Ich mag den Film an ihn. Ja, Tore, tut mir leid. er hatte die Kommstung gleich der ich wusste es ich bin schlau aber die hier was zum doch doch kommen die Linienz ist schon wieder sind wir auch schon wieder ich weiß nicht was heute mit dem Telefon los ist ich packte einfach total ab so komm mit Stern gehen runter wir gehen als nächstes wir holen uns den Napal muss ich wieder nach oben gehen glaube ich total falsch was soll ich denn lang gehen da gab es einen anderen ach da unten Ladezeit ab jetzt naja ist halt schon was sehr schönes nicht ach komm jetzt mal hier die ganze Zeit geradeaus den Weg folgen ich folge den Weg ich folge den Weg ich folge den Weg jetzt kann ich mich anschleichen ich fühle besser ah das ist das das ist das danke Oh, sehr schön. Was liebe ich? Doch, komm! Sorry, Leute. Irgendwie ist heute irgendein Telefontag oder sowas. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Da lang und weiter lang. Ach, halt, nee. Woher lang jetzt? Kann ich echt gerade ausgehen? Was ist denn, wenn ich hier lang gehe? Ich will keine Ladeszene. Habe ich da rein? Oh, okay. Okay, es ist völlig unnötig, hier reinzugehen, aber egal. Gegen die Ladeszene. Äh, ist doch gar nicht. Okay, okay, okay. Hm, Atari. Los geht's. Was ist denn jetzt los? Er hat mir die Waffe gezogen. Wieso? Was hat er denn hier gemacht? Wieso läuft er denn so rum? Man weiß nicht. Keine Fresse. Ähm. Was mache ich da eigentlich gerade? Egal. Oh, okay. Hier lang. Was ist das? Nee. Oh! Ich muss euch ja so weit werfen. Verdammt, doch mal was. Ach, scheiße, da wäre ich wie fehl. Und der kriegt das, ich fresse echt. Das ist jetzt auch gerade. Oh. Ja, wie er... Schon wusste, dass ich jetzt gleich komme. Was was tut denn? Das kann nicht so gut für mich, aber ich fühle mich gut. Warum sind... Ach, komm. In diesem Spiel versteht man sowieso nichts. Da wird lang? Oh nein, wahrscheinlich, wenn ich sie geholt habe, kommen wir jetzt 10.000 solcher, sagen wir mal, bin Ladens. Was war das? Och, nee. Ich weiß, es ist jetzt schon erwarten. Feinde auf mich. Ich weiß. Wohl. Nee, muss ich gar nicht. Kann ich auch irgendeinen anderen Weg gehen? Mal gucken. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gleich wieder gegen 10.000 Feinde kämpfen, das wäre schon sehr nett. Hä? What the fuck? Hä? Okay, das freut mich, dass die normalen Leute rumlaufen. Jetzt rufen sie die Polizei, weil ich in ihr Haus gegangen bin. Geht weg, ihr Freak! Ach, komm. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass es euer Haus ist. Was? Komm, ihr verarscht mich doch gerade. Nee, ich krieg jetzt wirklich Polizei. Ich krieg jetzt wirklich Polizei. Ach, komm. Oh, du wolltest mich hören, oder? Okay, ist er irgendwie abgeschlossen? What the fuck? Ach, komm. Hey, was hab ich denn jetzt gemacht? Hey, du... Hey, du, bist du da richtig? Hey, du willst mir! Ha! Chor Recovery! Ja.